herzlich willkommen bei wbl 9 news ihr seht andere schürfchen wie ein brittes schürfchen es es sieht schon danach aus werden das andere bild schon gesehen dass sie mit dieses bild das sieht eher nach richtung kreuzer aus dass wir beide die aufbauen sind ein bisschen leicht anstatt gestrickt wenn ich so ein bisschen grob angesehen habe es sieht aus wie eine sieht aus wenn hier die drei geschützte werden auf dem bild sieht bisschen so leicht im newton verschnitt aus bisschen aber es kann es könnte tauschen es kann sein hier vorne irgendwie oder einem gabe mit drei geschütze auf andere stufe weiß man es ist so ein bild was was wie liegt wurde aber auch vergessen aber irgendwie mal zu 10 partei erst auch einem andere sagt mal es wurde auch noch mal ein paar also mal gestern habe ich gar nicht bemerkt weil die news die information kriegbar bei links immer bei facebook immer es wurden auch neue schweren kreuzer angekündigt auch und auch da wurden die geschütze und rüstungswerten schon ein bisschen angeteasert ich bin einer wegen so wie das hier ich bin einer ich möchte lieber mehr informationen haben ich möchte die komplette leaks haben komplette wie die schiffe aussehen damit kann ich persönlich mehr arbeiten und wie hier bei diesem bild sieht es ist ein sehr viel vermuten was es sein könnte viel viel rätseln was das ding noch sonst sein könnte ich bin einer ich bin nämlich lieber mehr informationen haben allzu wenig auf diesem bild sieht man einsatz holen brauchen wir auf einem bild bisschen vergleichen tut das sind wirklich zumal das erste bild war sieht aus wie ein schlachtschiff vermute ich mal was kann mich täuschen das komplett andere schiff sein könnte und hier sieht aus wie ein kreuzer weil die die schiffe bisschen vielleicht auch von aufbau mäßig leicht ab abgewendet sind aber ich vermute ich sind hier vorne ich glaube drei geschützt ist das ein bisschen aus aber aber weiß man wirklich nicht ist so vermutbar weiß man nicht welche das premium schiffe wie hat kohle schiffe was weiß ich was es wird es vermutung schreibt rein was ihr verbutet was das von kreuzer sein könnte es kann sein doch eine andere richtung geht weiß man sie ist es könnte wenn der mir eine mehr taugung klassen sein oder oder eine kann man sagen so wie die mugami mit drei geschützt vorne wie die mietern auch hat aber andere t-level eventuell weiß man so wirklich nicht so ein bisschen so rätselhaft deswegen wenn ihr wisst was es sein könnte könnte man mal reinschreiben ich kann es nur vermuten als das ein schlachtschiff und kreuzer das sieht man doch schon wenn man wie gesagt bilder hin und her pustet da sieht man doch schon der unterschiede schon wieder aufbauform was es sein könnte welche t-level welche schiffsklasse weiß man nicht wie gesagt ich bin einer auch wirklich möchte komplette informationen haben ich möchte keine vermutmaßung haben was ist was die eis bekommen und sonst irgendwas das möchte ich doch lieber von dem wargaming betreiber aber die haben zum blog ja mich das schon gerne wissen was das eis bekommen was was die so bekommen wie gesagt könnt ihr vermutmaßen was es sein was es welche schiffs sein könnte weil die rolle neby hat ja zig verschiedene schiffe und da blickt ich keine ohne durch so außer die briten selber aber mehr auch nicht wie gesagt schreibt rein was es sein könnte ich vermute es geht den richtigen kreuzer aber was von kreuzer ich habe keinen plan ich kann mich mit der rolle neby geschichte überhaupt nicht aus aber wenn ihr einen freund hat aus england oder sonstwas könnt ihr mit dem mal fragen was es sein könnte wenn ein schiff von von rolle neby marine ein bisschen ahnung hat kann sein ja vermutmaß oder in einem bauplan schiff was geplant sein könnte mal was weiß ich mehr gesagt schreibt rein was 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 von schiff sein könnte sonst irgendwas wir sagen wünsche noch schönen tag noch und schön abend und viel spaß mit das rätsel welche beiden schiffe sein können und welche schüßklasse das möchte ich immer bevor ich mal gewusst habe bis das nächste mal